hallo und herzlich willkommen heute hier zur gocrypte kompakt folge 78 aus der bitcoin standard von cypher dnamos wir befinden uns nach wie vor in kapitel 9 wofür ist bitcoin gut dass dieses kapitel etwas länger geht das ist natürlich klar heute das achte video bereits dazu denn auch gold war traditionell weltweit das mittel für zahlungs abwicklungen über und übernahm die rolle des wertspeichers in der vergangenheit die unmöglichkeit für alle teilnehmer ihr angebot signifikant zu vergrößern machte es zu dem was es bis heute geblieben ist ein relativ stabiler wertspeicher über zeit hinweg und das zeigt eben auch die geschichte von gold wenn man in die letzten jahrhunderte oder jahrtausende zurückgeht ist gold hier eben ein wirklich wert stabiler speicher gewesen sein wert wurde auf dem freien markt ermittelt und unterlag nicht den verantwortungen eines dritten zumindest war das ganze so bis eben auch gold hier in die finanzwelt eingedrungen ist sage ich mal und von der finanzwelt auch korrumpiert wurde durch papier zertifikate und eben keine vernünftige überprüfung des ganzen denn als die kommunikations und reiseaktivitäten im 19 jahrhundert zunahmen und finanztransaktionen über größere entfernungen erforderten wanderte gold aus den händen der menschen in die tresore der banken und schließlich der zentralbanken das heißt wir haben hier eine ganz klare zentralisierung eben von gold erfahren in dieser zeit als auch die reisetätigkeiten mehr und mehr wurden und menschen eben nicht mehr nur noch lokal an ihrer stelle verblieben während des gold standards hielt man mit gold besicherte papierbelege oder stellte schecks gegen gold aus ohne eine tatsächliche bewegung von physischem gold abwickeln zu müssen was die geschwindigkeit und effizienz des welthandels erheblich verbesserte das soll es für heute gewesen sein ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid bis dahin ciao ein